Willkommen zurück in den Herzlanden. Sind es die Herzlande? Ich glaube schon. So, wir könnten jetzt hier, wir wollen hier eine Quest machen, wir könnten jetzt hier so gerade durchreiten. Ob das so schlau ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Wir reiten mal erstmal den Weg hier lang und hoffen, dass der irgendwie eine Abkürzung oder Abzweigung noch da nimmt. Obwohl, hier geht ein Weg lang. Dann nehmen wir den auch. Dann reiten wir den hier. Vielleicht haben wir Glück. Dann kommen wir auf direktem Weg dahin. Es geht immer noch um die Quest von vor zehn Folgen oder so. Ah ja, hier ist schon ein Haus eingezeichnet. Am Strand, das habe ich mir schon fast gedacht. Und wir dürfen gespannt sein. Wow. Fucky. Lass. Wir werden den Ruhen. Bam. Zack, Alter. Ja, wenn mein Pferd anfasst, kriegt er einen in die Schnauze. So einfach ist das. So, Wolfsfälle nehmen wir mal mit. Ja, craften müssen wir auch mal unbedingt. Hier war ja eine Schmiede. Da oben. Hätten wir mal anpacken können. Aber machen wir auf den Rückweg. Hier hin. Oh, hier ist eine Krabbe. Wir lassen Dörbelwind mal hier stehen. Gucken wir mal da hinten. Ich speichere mal ab. Was hier bei dem Zelt ist. Da sind böse Buben. Vagabund! So einfach geht das, mein Freund. Und nicht mit mir. Da klaue ich dir deine ganzen Dietrichen. Magietrank, Genesungstrank. Deine Hanische klaue ich dir auch. Deine drei Groschen. Stahlhanisch, Bauplan. Gegen Kohl aus deiner Truhe. Den wir auch gleich mal fressen können. Ne, wir nehmen den gedrillten Lauch. Da sind noch Pfeile. So, jetzt ist der Sack auch leer. Da vorne lag ja noch einer. Gut, das hier sieht so aus. Ah ja. Hinten liegt ein Schiff vor Anker. Da hat er ja eine Fackel dabei gehabt. Ist das hier tolles Liedernis? Oh, stimmt mit. Ne, ne. Das ist auch. Ne. Das wird langsam hell. Das Haus ist kaputt hier. Ha, ha. Yeah, level up bei so einer kleinen Krabbe. Lustig. Äh. Kleben so einer. Hinten ist eine Höhle. Hier ist eine Eispranke. So, ich speichere mal ab. Wir gucken uns nochmal an, äh, was das in Seenheim nach Hinweisen über Milbert suchen. Als ich Milbert die Schlüssel bringen wollte, fand ich dort, wo sein Karren stand, nur eine Blutspur vor. Wurde er entführt? Ich fand in Silas Behausung ein Bild von einer Küstenlandschaft, das ihr wohl sehr wichtig zu sein scheint. Es könnte sich um Seenheim, Seeheim, das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist und in dem ihre Eltern ermordet worden handeln. Äh. Keine sichere Spur, aber dennoch eine. Ich sollte mir das Dorf oder was davon übrig ist ansehen. Okay. Sehen wir uns das mal an. Na, es ist echt eine Ruine. Da ist nicht mehr viel von da. Hinten in dem Haus. Was ist das hier? Verbrannte Leichen. Okay. Ich will es nicht hören. Verdammt, ich habe genug von deinen Lügen. Oh. Aber bei Malfas, ihr, bitte, ihr müsst mir helfen. Sie hat vollkommen den Verstand verloren. Es ist der Staub. Sie, sie ist nicht sie selbst. Ich hätte mir denken können, dass ihr nicht ablasst. Aber wisst ihr was? Diesmal nicht. Ich werde mich nie mehr von diesem Miststück eines Bruders herumschubsen lassen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Rhetorik. Ähm. Indem ihr ihn umbringt, macht ihr auch nichts besser. Teilt das Geld doch einfach auf und fertig. Nein. Nein, das könnt ihr vergessen. Wir sind nicht gut genug in der Tore. Er würde niemals loslassen, bis er hat, was er will. Es endet hier. Dafür werde ich sorgen. Äh. Spart euch den Atem. Ich werde euch nicht aufhalten. Aber ich will, dass es sich für mich rentiert. Äh. Ihr wollt euren eigenen Bruder töten? Nur wegen diesem verdammten Erbes? Ihr steht unter Drogenseeler. Und ihr macht einen verdammt großen Fehler. Ah ja? So fühlt es sich aber nicht an. Hm. Ich scheiße auf das Geld. Ich habe euch erzählt, wie mich dieser Mistkerl behandelt hat, seit die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben. Ihm wäre es doch lieber gewesen, wenn ich gleich mit ihnen verreckt wäre. Scheiße, verdammte. Ich bin am Ende, das weiß ich doch auch. Aber es ist seine Schuld, verflucht nochmal. Seine, weil er nie für mich da war. Nicht, als wir unsere Eltern verloren haben. Nicht, als ich diesem Beschissen im Staub verfallen bin. Nie. Wisst ihr, bevor er euch nach mir geschickt hat, hat er es selbst versucht. Das war das erste Mal, dass ich ihn seit Jahren gesehen habe. Aber nein, natürlich ging es nicht um mich. Es ging um sein verdammtes Geschäft und das Geld, das uns beiden gehört. Versteht ihr? Uns beiden! Und ich bin es leid. Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Es tut mir auch leid. Aber entweder legst du die Waffe weg oder ich muss dich dazu zwingen. Das ist egal, was er dir angetan hat. Komm her, Scylla. BAM! Blimmerstaub. Drei Mal. Neh mal mit. Für schlechte Zeiten. Holt mich hier raus. Oh, zuerst den Schmierwil mitgenommen. Na ja. Kann ich nicht mit ihm reden, so? Naja. Das war etwas viel auf einmal. Der Sonne sei Dank, habt ihr ihren Lügen kein Gehör geschenkt. Sie, diese verdammte Droga, sie hat sie zerstört. Stimmt es denn wirklich, dass ihr sie im Dorf zurückgelassen habt? Was? Nein, natürlich nicht. Sie, sie rationalisiert. Wisst ihr, von dem Moment an, als sie das erste Mal geschnupft hat, hat sie begonnen, mich für ihre Misere verantwortlich zu machen. Immer und immer wieder. Es ist einfach leichter, die Schuld in jemand anderem zu suchen, als seinen eigenen Dämonen ins Gesicht zu blicken. Das stimmt. Ja. Vielleicht hätte ich mehr tun sollen. Aber am Ende des Tages ist es, war es ihr Leben, oder? Ja. Ich habe mein Bestes getan, in dieser Welt zu überleben. Aber sie wollte stehen bleiben. Ich schätze, darauf läuft es am Ende heraus. Ja. Und nun? Nun bekommt ihr erstmal eure Belohnung. Hier. Ihr könnt den Schlüssel haben. Was noch übrig ist, ist bei Weitem nicht genug, um meine Schulden zu decken. Aber ohne euch wäre ich jetzt tot. Tja, und... In Anbetracht der Umstände komme ich mir fast albern vor, das zu sagen. Aber ich habe euch noch ein Buch versprochen. Und das sollt ihr haben. Ah, ja. Ein-Hand-Kampf, Zwei-Hand-Kampf, Fern-Kampf. Gut. Hier. Jetzt entschuldigt mich. Sela hatte den Verstand verloren, aber sie war dennoch meine Schwester. Ich... Ich will gebührend von ihr Abschied nehmen. Ja. Mach das. Ich habe sie in Stücke, in handgerechte Stücke für dich geschlagen. Guck, was sie... Weißt. Ah, hier ist die Süß-Tabak-Pfeife. Wo war denn jetzt die... Ah, ja, der Einhand-Kampf. Nice. So. Eine Leiche, die hat Menschfleisch dabei. Das essen wir natürlich nicht. So, das Boot hier können wir wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Ja, weniger. Da oben ist der Wachtturm. Ich denke nicht, dass wir hier rumkommen. Ist das der Myriadenturm? Nee. Ja. Da will ich hin. Dann gehen wir hier rum. Einmal, dann haben wir den Weg einmal gemacht. Ist ja jetzt nicht so das Problem. Oh. Mal gucken, ob der Esel da gespeichert ist. Dass der da noch steht. Mal so eine große Krabbe hauen. Nee. Lassen wir mal lieber. Hussi. Höhlentroll. Wow. 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 Ausverschritt. 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 Mach mal wieder aufladen. Ja, mach ich gleich. Ausverschritt. 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 Oh, ey. Da haut mir ganz schön ein in die Fresse. Bam. Amethyst. Ein Apfel. Ein Krustenbruch. Oh, jetzt können wir gleich mal snacken. Da ist der Öl-Troll dabei. Treue Fett. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Cool. Und einen leckeren Käserand. Wer mag ihn nicht? So, merkwürdig, dass... Oh, guck mal. Er kniet jetzt vor mir. Knie vor mir. Yeah. So, hier müsste Esel stehen irgendwo. Na, tut er natürlich nicht. Oh. Ne, doch nicht. Aber hier müsste er stehen. Esel. Esel. Ach. Du Arschesel. Naja. So ist das mit den Tieren. Gehen wir den Weg zu Fuß oder gehen wir zurück? Na, wozu sollten wir jetzt eigentlich hier hingehen? Jetzt sind wir ja schon hier vorne. Können wir wieder in der Ark rein? Ja. Halte ich, glaube ich, für die klügere Idee. Vielleicht können wir auf der Kuh rein. Ja. Ach, die Schmiede. Gucke an. Können wir hier vielleicht mal reingucken. In einer Schmiede könnt ihr Gegenstände herstellen, wenn ihr über die nötigen Materialien verfügt. Wir können nur sowas herstellen. Mehr können wir noch nicht. Ach, vielleicht müssen wir diese ganzen Baupläne auch mal benutzen. Jetzt habe ich mal Schmiedekunst verbessert. Handwerk-Erfl-20. Also da brauchen wir... Ach so. Dann müssen wir Level 20 sein. Ja, dann müssen wir uns vielleicht mal bei einem Schmied noch welche kaufen. Jetzt wüsste, wo der Schmied wäre, ey. In der Stadt findet sich doch niemand zurecht. Okay. Ah, jetzt kümmern wir uns gleich. Adelsviertel. Friedhof. Sonnentempel. Eingang Unterstadt. Hafen. Waren wir schon mal am Hafen? Waren wir noch gar nicht am Hafen, ne? Na, warte mal. Lassen. Ich speichere mal ab. Haupttor, Herzland. Oh. Ach, das ist der Hafen von... Ja, schön. Gut zu wissen. Fremdenviertel, Marktplatz. Südviertel, Myriadenturm. Adelsviertel. Eigentlich müsste ja Marktplatz den Schmied sein, oder nicht? Oder ist im Fremdenviertel einer gewesen? Also, gehen wir noch mal zum Fremdenviertel und dann gucken wir mal. Bin mir ganz unsicher gerade. Dann gehen wir da einmal durch und dann gehen wir... Vielleicht in der Kaserne? Da könnte ein Schmied sein, ne? Das wäre natürlich... Das wäre natürlich am sinnigsten, den in der Kaserne zu platzieren. Da, wo halt auch mit Schmiedezeug hantiert wird. So, Jäger. Dann mal hier. Ach ja, das ist Statue. Oh, die kommen gerade alle ans Tageswerk. Die kommen hier aus der Kneipe. Messia. Messia. Ach ja. Hafen, Sonnentempel... Äh, doch Kasernviertel. Na nicht. Doch ja. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Ja. Das ist natürlich jetzt doof. Dann gehen wir halt so ins Kasernviertel. Euer Mann hat bestimmt, wie viele Zauber ihr wirken könnt, bevor euer Geist erschöpft ist. Der gute alte Geist. So, wo sind denn die hier alle? Hey, hab ich doch schon geguckt, oder? Ja, hier war das hier aber. Das war keine Schmiede. Ein Schmelzer. Guck mal, hier können wir in Eisenbarren schmelzen. Ah. Okay. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir Eisenbarren hergestellt. Sehr schön. Scheinlich. Hallo. Aber ein Schmied war hier nicht. Der spricht nicht mit mir. Goldene Sichel gehen aus. Ja, wann machen die denn auf? Ja, ähm. Wo wollen die denn hier alle hin? Hm. Kontor der goldenen Sichel. Okay. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Oh. Der gute alte Lollo. So, wir gehen zählen nach draußen. Südviertel. Gucken wir mal im Südviertel. Man weiß ja nie. Weil die Schmiede, okay, die war jetzt außerhalb, ne? Aber der war ja tot, der Schmied. Also, da waren ja nur Räuber. Messer? Messer? Ja. Ja, dann mach aber auch mal sauber. Das ist ja dreckig hier. Porträtmaler. Ja, hier wird kein Schmied sein. Sehe ich schon. Uh, 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 uh. Ne. Sieht aus wie ein Hobbing. Hier gibt's die Unterstadt. Ne, 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 ne. Hier gibt's Essen. Der Baumeister. Arkt Brauerei. Messer? Und hier geht's nach draußen. Ins Herzland. Okay. Das ist wahrscheinlich der Eingang. Oh, wo geht's denn hier hin? Nirgends. Ja, gut. Von da bin ich gekommen. So, dann gucken wir mal, wo's hierhin geht. Vielleicht ins, auch ins Herzland. Naja, okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich gucke mal, ich gucke mich mal ein bisschen um. Und dann in der nächsten Folge, schau mal mal, Adelsviertel, da könnten wir ja hingehen. Mal da gucken, obwohl ich nicht glaube, das ist im Adelsviertel. Naja, wir werden sehen. Schreitet wohl. Ja, mehr bleiben. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen. Oh. Lange werdet ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Nein? Gut. Dann einen wunderschönen Tag auch. Nein, ich... Oh. Guck mal. Es ist doch eigentlich sowieso egal. Mein Gefährte denkt, zusammen durch Ark zu laufen und willkürlich irgendwelche Leute anzusprechen, würde irgendetwas ändern. Aber das ist doch einfach idiotisch. Hä? Wie lange werdet ihr dafür nicht mehr, äh... Lange werdet ihr dafür nicht mehr haben? Was meint ihr damit? Schließt ihr? Wenn uns die goldene Sichel die nächsten Tage nicht zufällig ein Fassgroschen vor die Tür stellt, dann ja, höchstwahrscheinlich. Wisst ihr es? Ach, seien wir doch mal ehrlich. Enderal ist ein Loch, wenn es um Kunst und Kultur geht. Auf Kile reißen sich die Reichen gegenseitig die Gemälde aus der Hand. Hier hat man Glück, wenn man davon sein täglich Brot verdienen kann. Tja, und seit meine Mutter sich entschlossen hat, ihren Briefboten durch eine Prise Luft zu ersetzen, ist unsere einzige halbwegs stetige Einnahmequelle auch versiegt. Ach, eure Mutter ist Malerin? Oh ja, und was für eine, das muss man ihr bei all ihrer... Besonderheit lassen. Sie hat Erhabene aus dem Arca-Oberviertel porträtiert. Und das auf eine Art und Weise, die ich nie verstehen werde. Wie meint ihr das? Was an den Bildern ist so besonders? Ihr meint, ihr habt den Kontakt zu eurer Mutter verloren? Wie meint ihr das? Seit einem Monat hört man nichts mehr von ihr. Und Gemälde schickt sie uns auch nicht mehr. Und falls ihr euch fragt, warum wir sie nicht einfach besuchen... Meine Mutter war schon immer etwas... Seltsam. Was sich auch in ihrem Wohnort widerspiegelt. Sie lebt im Düstertal. Ach, Dotz, kenn ich doch. Wisst ihr, ich komme viel herum. Vielleicht könnte ich bei eurer Mutter mal nach dem Rechten sehen. Das würdet ihr tun? Ich... Ja, das wäre natürlich großartig. Aber ich warne euch gleich vor. Ich kann euch keinen Sold oder etwas bezahlen. Ja, und vielleicht kann eure Mutter ja ein paar Groschen machen. Ist schon in Ordnung. Wie gesagt, ich komme viel herum. Natürlich. Wer spaziert nicht mal von Zeit zu Zeit gern durch einen verfluchten Wald? Naja. Aber schön. Ehrlich gesagt wäre ich euch wirklich dankbar. Meine Mutter und ich haben nicht das beste Verhältnis. Aber trotzdem. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ihr habt eine Karte bei euch, ja? Zeigt mal her. So, da in etwa dürfte die Hütte sein. Glaube ich zumindest. Ich bin keine Kartografin. Also dann viel Erfolg und bleibt am Leben. Und danke. Gern geschehen. So, jetzt reicht es aber hin. Das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Oder wenn wir dann mal vorbeikommen. Ich würde erstmal wirklich gerne einen Schmied finden. Oder einen Handwerker, der Waffen verkauft, bei dem ich mir vielleicht auch die Lehrbücher kaufen kann. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wenn unsere Füße wieder auf dem Boden sind. Und die versinken ihren Boden. Egal. Main bleiben. Bis dann. Tschüss.